Egal Alter, morgen ist mal 50 Euro aufhören Alter und Diggaora füllt gleich munter und Joggership und weißt was ich noch Einfach alles, alles rein Ich schwöre, Digga Kann man sich doch mal kennen, mal wieder 1, 2, 0, ne, also Die Dings Auf Challenge 2 haben wir dann irgendwie nen Delay von 3, 4 Minuten Oh, 265 Aber schwer, Gilde geht gut ab gerade, also momentan, ehrlich Ich habe ein Team Member Das hast du mir nie geglaubt Trotzdem, für mich wäre das kein Problem, Gilden los rumzulaufen Ach, Michael, das ist scheiße Ja, klar, ist halt in der Gilde chillig Aber ich hatte nur Keinen Bock Damals Ich war ja die ganze Zeit Leader in Revolution X Und ich hatte einfach keine Lust mehr Leader zu sein und so Okay Und dann bin ich rausgegangen Und dann eine Woche später bin ich dann zu Alex gegangen Da bin ich normaler Member Und keine Ahnung Irgendwie helfe ich als Member momentan mehr Ja, als dass ich damals Leader in meiner Gilde war Keine Ahnung, wieso Das ist für ein Rätsel Was hängt schon wieder mit MC an, oder was? Boah, ich hasse es Alter, ich kann kotzen Ey, guck, das meine ich Guck, das meine ich Habt ihr keinen MC-Skin? Also, ich sehe die gar nicht Nein, ich habe keinen MC-Skin Oh, shit Gut, weil ich sehe die MCs gar nicht Ich sehe eigentlich nur noch die Namen Kann die auch nicht anklicken, oder sowas Aber, ich find das so unnötig, ne Das ist so behindert, ey Ich schwör Quarkastar Da kommt er Boah, ich hab das nicht hingekriegt Ja, ja, bei mir Elfter Ich wollte den Einschlag Boah, du hast die Hilfe auf Keine Chance, man Welchen Channel? Einschlag, Leute Eins, zwei, null Eins, zwei, null Eins, zwei, null Also, die MC6 Also, MC6 Wie siehst du, Cedric Das hat sie abziehen Alter, ey Ich konnte Ich hab ja nicht meine Chance irgendwie gehabt, ey Heftig, ey Jetzt haben wir noch mal zwei Minuten Delay, oder so Ey, Cedric, wie lange tragt ihr denn schon? Hast du doch grad gehört Zwei Jahre, oder so Ja, ich hab gesagt zwei Jahre, drei Jahre Ja, die auch Siehst du, so hörst du zu, mein Freund Ach ja, ähm Alex, der Dahlem will irgendwas von dir schon die ganze Zeit, ne? Ja, was los? Wannst du eh kein Englisch? Äh, nicht gut, ja Ja Aber das ist auch Pader, alter Der ist voll reich auf, ey Das ist doch nicht mehr normal Ich musste mein ganzes Chaos geben für voll die Biest Ach, ist das schön, wenn nicht Windows 10 einfach von alleine arbeitet ja das ist immer geil also ich hab wieder ich hab wieder zurückgemacht auf 4 07 ja ich hatte gerade das problem dass sich das ding einfach so gehabt und dass irgendwie okay oder so geklickt ja das kenne ich wenn du bist jetzt offline gegangen das ist eine anzeige back anzeige back der ist mit mir in der party wir haben gerade den ersten ich war zehnte eine sache dass wir sparen und von daher könnt ihr nicht wirklich sagen wie stark jemand ist abhängig von kuba natürlich alles ist das in den mann was du da hast kein ernst ein billzimmern ach das muss man das oder was ja und der serie äh thaymas ja klar ich kenne billzimmern ich habe nur das bild nicht erkannt weißt du das zwei schwarze flügel ja ja klar ich kenne billzimmern aber normalerweise haben das hier immer nur megamon äh megadings megamon megamiss megamon megalevel boah ich kann ihn gar nicht anklicken mach tap ey ich kann nichts tun ich bin überhaupt gar nicht reingekommen ich hab f2 gemacht bin aber ich hab einen neuen follower wer ist das glückwunsch achilles 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 ich bin einfach im land ich bin down digitiert achilles bieger nach sie plant ok me auch noch da bester man wieder noch hier am start hast du gesehen ich hab kube eingeladen ja ich weiß richtig korrekt kann überhaupt nichts tun ist das ist ja ja dreizehnter ja also kann ich jetzt so gesehen gleich zu mehr laufen okay und jetzt geht es wohin zu es geht immer ein nach längsten das ist im urzeigersinn also ein nach rechts so gesagt ihr habt simplification an oder nein ich nicht mach mal alles weg man kann doch nicht ohne simplification spielen alter ich hab schon wieder ein dc bekommen was ist denn das heute ich weiß nicht was mit dem o los ist aber es crash nicht so oft in letzter zeit das aber standard ist das hardcore oder was 17 teil toll jetzt wird er 1 oder was ja er den ersten platz erreiche von karte ja das weiß ich das weiß ich auch einfach bei dem rate dass die order man kuba 1 2 0 ist und anschließend verlagert sich alles auf einen channel alles klar okay außer irgendwer sponsert die monster karten und schon wechselt von channel ja aber quentum da ist mehr quentum du kannst mich nach dem rate einladen aber ich habe eine box gekriegt super aber nur dreizehnter das geht wohl nichts wie macht ihr denn so viel damage in so wenig sekunden das ist ja unnormal ja sie machen das komische deck system oder wie die das nennen krasser shit dann könnt ihr irgendwie ihre attack speed ins unendliche boosten oder so das wäre geil wie geht denn das äh ne das ist einfach nur wenn du halt den neck verbesserst und dann halt ein ordentliches deck system hast in dem fall das den burst ultimate wing buff dann ähm reduzierst du ja so gesehen deine attack geschwindigkeit bzw. den attack speed und dadurch kannst du halt pro sekunde wesentlich mehr auto hits raushauen achso ok ja ich fände du kannst mich einladen vielen dank für die blumen ich wusste dass das kommt ah geil ah ja ja hm ja 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 ne 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 bestimmt keine karte warum schreibt er dann go weiter träumen wir ja ja Okay. Sir Gun, okay. Sir Gun, ja? Ganja, Junge, Ganja. Sir Ganja, weißt du nicht, was Ganja ist? Nee, gar nicht. Ganja, Ganja. Mario Hanna, Ganja, Ganja. Ah, okay. Das ist klar. Ja, ehrlich, weißt du das nicht? Mali, Ganja, Ganja, das Lied von dem. Egal. Okay, ähm, klingst du. Okay, es geht los. Guck mal, wie die alle da hinten hingehen. Gibt mir das! Auftrauen, haut alle das alles drauf und geht! Wo? Zwölfter, hey! 21. War das jetzt das letzte, oder? Doch schon. Ja, war das letzte. Offensichtlich. Ey, selbst bei mir laggt es, obwohl ich eigentlich einen guten PC habe, ey. Ich schwör. Okay, funktioniert nicht mehr. Ey, du hast es heute, wa? Ja. Ja. Ich glaub, das Spiel, das hasst dich momentan. Es wird besonders lustig beim Devy nachher. Äh, ich frag mich aber, wieviel Chicken Combo ihr haben müsst, wenn das einzige, was ihr macht, den ganzen Tag hier raiden ist. Ich lauf grundsätzlich mit 4000 plus rum. Ja, bisschen heiß, ich hab auch momentan 4000. Ja, bisschen heiß, ich hab auch momentan 4000. Dem O hat's heute mit mir. Ich merk das auch schon, ey. Was hast du denn gemacht, Alter? Der hat schon drei, drei DCs auf einmal gehabt, ey. Das hab ich noch nie erlebt, ey. Das hab ich noch siebzehneinhalb Stunden. Das hab ich noch siebzehneinhalb Stunden. Easy. Die löscht dich ab, wie sind wir hier? Vor allem meine Mama, Meine Mama, die sagt so, boah, du bist doch krank, du bist doch verrückt, ey. Was machst du so weit? Was hat er grad geschrien? Und da, äh, 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 keine Ahnung. Ich versteh's leider nicht. Es hält dich Indonesisch an, glaub ich. Nee, nee, das ist nicht Indonesisch. Grafamove, Esse, Golo. Danke, Quentin. Keine Ahnung, was das heißt. Dann, jetzt geht's los, glaub ich. Ready? Da können wir's warten. Ja, das ist so geil, Alter. Oha, Alter, leckt der Familie Scheiße, oder was? Boah, oho-ho-ho-ho-ho, mega-leck, Alter. Habt, ich schwör. Alter. Boah, ey. Mir leckt das neue. Wie leckt das so viel, Marita? Oh, ich muss meinen Aue einsetzen. Oh, ich muss meinen Aue einsetzen, hier mein... Oh! Oh! Boah, Alter Schwede! Unmöglich was zu reißen! Unmöglich, Mann! Kommt jetzt kein Bono oder kommt jetzt keins mehr? Ah, doch. Jetzt kommt eins. Mit dem hast du sofort nichts, oder? Nee, ich hab ja immer wieder ein DC bekommen von daher. Achso. Das ist jetzt mein Alpha hier, Alter. Oh, Leute! Helmut hat noch mehr in die Tasten. 14 Tage, ey. Helmut hat noch mehr in die Tasten. Ich... Ich schwöre, das macht grad voll Laune, ich schwöre. Alec, was glaubst du, warum ich das den ganzen Tag mache? Ich hab das gesagt. Du meinst mich bestimmt. Ja, ich mein dich, Felix. Leute, ich hab kein Alpha mehr. Morgen hab ich für zwei Jahre Alpha. Mir egal, Alter. Für zwei Jahre Alpha. Da holt er sich 24 Euro Risschips, Alter. Ich schwöre, ich werde, glaub ich, für 100 Euro nur für Jokerschips kaufen. Boah, bist du behindert, Alter. Du bist doch behindert, ey. Du bist doch behindert, ey. Ich bin scheiß, Digga, Digga, weil das ist doch Asi ohne Alpha. Nee, ich war unten, Felix. Als Kevin beschrieb mal. Was, was? Ähm, ready? Ja. Und, go. Ah, da war die Luft, heißt die TV. Nein, Minuszin, du abbildest dich jetzt nicht. Danke. Wer haut denn da so oft die Tastatur zu, ey? Man, das hört sich ja richtig an不要 an. Okay, sorry. Sorry, bro.